Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da fehlt noch was Untertitelung des ZDF, 2020 Kämpfe dulde ich hier nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also los Also los Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also los Oh 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 Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Jetzt bin ich hier in der Stadt. Und dann... Ich komme klar. Danke. Vergiss nicht. Du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Das Vieh mach ich blöd! Das Vieh mach ich blöd! Das Vieh mach ich blöd! Und das Vieh mach ich blöd!